Hol dir jetzt das neue Monopoly in der Mauli-Edition. Pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum des YouTubers gibt es diesen Spielklassiker im passenden Design. Investiere in spannende Projekte, starte ganz einfach bei Maulis Kanal, geh weiter zur Excel, direkt hin bis zur Melikstation oder erkundet die weiten Felder von Taros Hulsgarten und Maulis Wheat Farm. Ein Spielklassiker für die ganze Familie. Egal ob Playbutton, Knossis Krone oder der steilsten Straße Deutschlands, alle Mauli-Klassiker sind jetzt dabei. Hol dir jetzt das neue Monopoly in der Mauli-Edition, nur solange der Vorrat reicht. Mein Kanal wird dieses Jahr 5 Jahre alt. Passend zum Jubiläum gibt es nur für euch exklusiv das Mauli-Monopoly. Wir haben alles aus 5 Jahre Mauli dabei. Wir starten bei meinem Kanal und dem Twingo, gehen weiter zu Excel und seiner Mama, haben das typische Gefängnis, was man von Monopoly kennt. Weiter geht es Richtung Taros, Solo und Nid, so wie der Cannabis-Ecke. Anschließend geht es zu Maulis Merch, den drei YouTube-Play-Buttons, der Parodien-Ecke hin zu den Klassikern wie die gefälschten Jeezys oder die Müller-Misch. Einfach genial! Okay, das Ganze war einfach drei Tage Arbeit. Ja, und ihr könnt das Ganze gewinnen. Naja, ihr habt es schon gewonnen. Jetzt einfach das Monopoly-Brett in der Videobeschreibung runterladen und das Ganze in 50x50 cm ausdrucken. Und schon könnt ihr mit eurer klassischen Monopoly-Variante auf den Mauli-Spielbrett spielen. Zusätzlich verlose ich aber noch einen 15-Euro-Amazon-Gutschein. Schreibt dafür einfach Hashtag-Gewinnen in die Kommentare und lasst ein Like da. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ich spiele jetzt weiter Monopoly. Und dann bis zum nächsten Video. Tschau!